Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rimwald Zombieland. Ihr wollt noch mehr sehen oder meine Zukunft von Let's Plays nicht verpassen, dann abonniert doch meinen Kanal. In der letzten Folge kam eine Belagerung rein, sie sind hier gelandet, aber leider sind die Zombies nicht auf sie gestürzt. Dann sind sie heruntergewakelt und hier lauern wir ein bisschen. Ich warte eigentlich noch auf die Transportkapseln, die hier noch erscheinen sollten für den ganzen Stuff, aber irgendwie will das nicht. So, ihr schießt mal alle zusammen auf den, nein du bleibst hier stehen, schießt da drauf und dann schauen wir mal ob wir das auch hinbekommen. Gut, der erste liegt. Sehr schön. Sehr schön. Das war der Gute. Psychisch sensibel. Ne. Ne, leider nicht. Kolumbus. Uiuiuiuiui. Okay. Knallt den Rest nieder. Sehr gut, der brennt. Da kommen Granaten ins Spiel. Oh, wo, wo wirst du hin? Ah, lieber eins zurück. Oh. Wirklich. Sie fliehen. Gut. Gut. Der Noob. Der Noob ist noch da. Ja. Alle mitnehmen, alle mitnehmen, alle mitnehmen. So, 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 so. Alle hier runter. Little Rock, komm her. Bekämpfe Feuer. Ja. Schnell, schnell, schnell. Schnell. So, was haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier. Verdammt. Nicht normale Schlafplätze. Einen hier und... Einen hier hin. Eins, zwei, drei, vier. Ja. Okay, uh, nein. Steroid. Fangen. Sandman. Fangen. Tellerhass. Fangen. Und dann fangen wir mal an. Hier ein bisschen Zeug auch zum Klauben. So, die fliehen. Das passt. Zone, Heimatzone. Ja. Wer hat nichts zu tun? Mila war's. Mila kann... ...die Splittergranaten tragen. Kolumbus kann... ...das hier tragen. Barbara... ...kann hier unten die... ...die hier tragen. Hier liegt Silber rum. Das ist auch gut hier. Vichita, komm her und nimm die Bumpe mit. Gefangen nehmen. So, wer läuft leer? Bumpe. Nimm lieber die Schwere hier. Nimm die. Gut. Dann wird das hoffentlich. Umeko läuft leer. Das geht gar nicht. Komm hier hin. Gehen wir da Stoff drauf. Und hoffen, dass auch die Gefangenen durchkommen. Kolumbus hat's erwischt. Vichita hat's erwischt. Aber... ...das kriegen wir schon hin. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Komm, verschwind. Verschwind. Weg mit dir. Weg, weg, weg. 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 Und weiter. So, Mila. Jetzt musst du gleich losrennen und verarzten ohne Ende. Gehen wir Stoff drauf. Gut. Mila. Lass das Ding liegen. Komm hierher. Kolumbus, leg dich ins Bett. Barbara. Okay. Ist auch noch okay. Vichita, wie sieht's bei dir aus? Noch außer Gefahr. Okay. Gut. Dann lass das Ding fallen und stell dich hier hin. Patsch, patsch. Sechs Stunden. Drei Stunden. Mila macht das. Vichita kümmert sich darum. Gut. Was haben wir hier? Zwei Stunden. Ich glaub, das packe ich nicht. Barbara, packst du das? Kein Arzt. Dann wirst du Arzt. Barbara wird Arzt. Probieren wir das einfach. Ob wir das packen. Behandeln. So. Der letzte fehlt. Bam. Liegt. 13 Stunden. Little Rock. Das wird dein Part. Omeko, du kannst tun, was du willst. Behandlung benötigt. Ja. Da geben wir jetzt einmal Stoff drauf. Gut. Dann packen die das hier alle. Machen wir die Schotten dicht. Schotten dicht. Schotten dicht. Sieht aus, dass er aber keine Füße hat. Aber er hat noch alles. Umeko ist auch am Start. Die Verbrennungen. Mila. Vesita. Behandeln. Ja. Okay. Hunger. Mila. Da musst du jetzt kurz durch. Was? Innen ist so kalt. Gibt's doch gar nicht. Eeeh, 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 eeeh. Na bravo. Können wir gleich tragen. Der Rest hat's der gepackt. Hat's gepackt, hat's gepackt, hat's gepackt, hat's gepackt. Gut. Barbara. Läuft. Eine Heizung habe ich doch mitgenommen. Ja. Wo steht die denn? Das ist, äh, Stahlbett. Da oben ist die Heizung. Weil ihr bekommt's ja auch noch eine. Kann das die Barbara machen. Gut. Kann man das wieder fix rausholen. Dann machst du noch schnell den Raum sauber. Damit die Wundinfektion nach unten geht. So, Vishita. Little Rock. Du machst hier. Let's wing, äh. Behandeln. Okay. Gut, Barbara, geh du ins Bettchen. Gucken wir noch mal durch. Jogger ist schießwürdig. Du warst eigentlich cool unterwegs. 65. Psychisch sensibel. Zäh, zäh. Barbara. Verbrennungen sind behandelt. Little Rock. Schnapp dir danach die Barbara. Gut. Versorg Barbara. Gut, das passt da dann. Telleher ist es am Start. Das lobe ich mir. Dann. Was? Das sind die Landekapseln. Komm, nein. Oh, verdammt. Schade. Hätte ich noch ein Stückchen länger warten müssen. Was soll's. So, Strukturen abreißen. So, da müssen wir in der Mitte wieder ein paar lassen. Bleibt, bleibt, bleibt hier und bleibt von mir aus. Es ist mir nicht ganz geheuer. Scheiß drauf. Scheiße, sieh drauf. Granit. Achso, du baust noch. Der Noob. Linkes Schienbein zerrümmer. Dann kriegst du halt irgendwann mal einen Fuß oder so. Dich werben wir an. Dämon. Der andere ist 27. Sensibel. Er ist natürlich zäh, weil er hardcore drauf ist. Dich nicht. Dich will ich verkaufen. Dich nicht. Das machen wir ganz anders da. Das ist mir nämlich zu blöd. Holz. Können wir hier eins reinsetzen. Und hier. Und dann müsste es eigentlich safe sein. Passt. 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 Der Rest ist wieder auf dem Dampfer wahrscheinlich. ja gut die zwei stück stehen wer hat hunger kolumbus kolumbus weiß was das heißt ist was ja passt nein 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 hier dekonstrukt zuerst machen dann kannst du das zeug drauf klatschen genau so geht das so geht das mal verlor nein ich will sondern meine tierchen und zwei tage noch sehr schön was spannendes hier nein boomer loop hier waffelow bist du ach du hast auch das alte wildtiere waschbär boom ratte brauche ich nicht tratte auch nicht also wieder warten so wer das so barbara hat sich auch erholt es wird los machen visita und kolumbus dumm umiko hast du irgendwas nein passt alles so habt ihr irgendwas im inventar was ihr nicht haben solltet ja nicht einfach mal zeit passt das ist backup alles backup da ist doch jede menge mila was hast du dafür klumpen werden kaum runter fleisch kommt runter steroid aber sonst noch irgendjemand zeug ohne ende das will ich hoffen so kopie bauen der noob ja wahnsinn feiert die abbaufähigkeit zum noob na nice verstehe ich nicht ganz aber cool oder ist das so ein harter bergbauer nein ja das ist auch angenehm das passt auch teller has pennt gute besserung gute besserung alles auf dem weg das läuft das läuft blutverlust versteckt das passt blutverlust versteckt wird auch weniger das lobe ich mir das sind halt hardcore typen frei frei ein mob da muss ein tank dabei sein da ist er auch er wird abgebaut da oben kann ich mal aus komm her helfe ich dir ein bisschen klappt das sehr schön sehr schön gut dann können wir auch wieder abreißen das ist der tolle schiefertisch gut können wir drauf bauen hier auch hätte ich auch gerade machen können so kopie bauen batsch gut die gute gut kriegen wir dich auch ein wenig dichter Ist die irgendwo durchgekommen? Oder hab ich mich da bloß verhört? Ne, ist alles cool. Alles cool, alles cool, alles cool. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir hier den Block runterwärts abreißen. Da noch. Ist ein Stoff noch drauf. Brrrt. Schön. Bald und noch balter. Passt. Gut, dann haben wir es hier für die Folge geschafft. Es läuft. Angriff abgewehrt. Ich will den Noob unbedingt haben. Der soll sich mal kräftig erholen. Die zwei da unten im Bettchen fehlen noch. Und ansonsten hat sich das alles zum Positiven entwickelt. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus.